Yeah, sorry ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Ich bin's Baschkeks für euch am Start mit einem neuen, freshen Video hier auf meinem Kanal. Ich freue mich ja so wie immer mega, dass ihr eingeschaltet habt, denn heute gibt es mal so ein bisschen Einblicke in meine Finanzen. Und zwar zeige ich euch Sneaker, wo ich ganz wenig bis hin ganz viel bezahlt habe. Und was das für Sneaker sind, erfahrt ihr, wenn ihr bis zum Ende dranbleibt. Ich würde sagen, let's go! Tja Leute, doch bevor wir anfangen, soll dieses Video definitiv nicht zum Flexen dienen, denn, ich würde ganz ehrlich sagen, dieses Video zeigt so mehr, dass ich ziemlich dämlich gewesen bin und sehr, sehr, sehr viel Geld verbrannt habe für Sneaker. Würde ich heute nicht mehr machen und deswegen soll dieses Video definitiv nicht zum Flexen sein. Also, fangen wir an mit Sneaker Nr. 1. Also, der allererste Sneaker, wo ich sehr, sehr, sehr wenig für bezahlt habe, um genau zu sein, gar nichts bezahlt habe, ist der Yeezy 500. Denn den hat mir damals, nachdem ich ihn schon mir einmal gekauft habe, ein Kollege geschenkt. Und zwar ist das der Yeezy 500 Blush gewesen und den hat er mir damals geschenkt, Leute. Er hat gesagt, yo, Bashkeks, du machst so viel mit Sneakern und alles und ich habe diesen Sneaker übrig und würde ihn dir gerne schenken. Ehrenaktion von meinem Kollegen, der hat mir den Sneaker, wie gesagt, einfach geschenkt und ich somit einfach nichts bezahlt habe. Deswegen steht er auf Platz Nr. 1 an die Sneaker, wo ich nichts bezahlt habe. Ich dachte, ich muss den mit reinnehmen. Sneaker Nr. 2 ist auf jeden Fall der Flyne-Trainer. Leute, der Flyne-Trainer, ein total underrateder Sneaker. Glaubt mir, der hat damals 150 Euro gekostet 2017. Und weil ich bei meinem Plug so viele Sneaker gekauft habe und er den dann irgendwann mal so mit dabei hatte und ich den sowieso haben wollte, hat er ihn mir für 200 Euro verkauft. Da kann man überhaupt nicht meckern. Das sind 50 Euro über den Retail-Preis. Und ich denke mir, da kann man überhaupt nichts sagen. Leute, 200 Euro geben wir heutzutage auch noch für Air Jordans aus und die sehen alle fast gleich aus. Und mit dem Flyne-Trainer hat man ja, muss man ganz ehrlich sagen, wirklich ein geiles Vollbrett an den Füßen. Der ist extrem leicht, der fühlt sich super an und der sieht auch noch geil aus. Leute, schwarz und weiß. Oreo-Look kann man überhaupt nicht meckern. Deswegen ist dieser Sneaker auf jeden Fall bei mir auf Platz 2. Dann machen wir weiter mit dem Nike SB Strange Love. Ey, ein absolut kracher Sneaker. Und ich erinnere mich, als wäre es gestern, Anfang 2020 wurden die SB-Dinger sowas von angepriesen. Keiner hatte die so richtig auf dem Schirm. Und mein Plug hat mir damals gesagt, ja, ich habe einen für dich, aber ich war dann Anfang 2020 so davon weg, mir Sneaker für teures Geld im Resale zu kaufen und habe dann gesagt, ey, was willst du dafür haben? Und er hat gesagt, er will 400. Und ich war gleich so, ey, nee, ey, komm, ich will 400 nicht mehr ausgeben, ich möchte diesen Sneaker nicht kaufen, über 400 Euro. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich den dann so für 380 eingetütet habe, weil mein Preis war 350, da ist er nicht mit einverstanden gewesen, hat mir dann gesagt, ey, wir müssen uns irgendwie auf 380 treffen. Lustigerweise, Achtung, jetzt kommt's, hat er mir gesagt, er hat 4 Paare, 4 Paare, Leute, und er hat sie mir angeboten, wenn ich die alle auf den Schlag nehme, dann kann ich die für 350 Euro haben. Ich mir nur gesagt, ey, ich bin kein Reseller und warum soll ich jetzt 4 Sneaker kaufen? Hab mir nichts dabei gedacht, hab also für 380 nur ein Paar genommen. Danach war die Preisentwicklung bei den Dunks natürlich so extrem, Leute, dass der teilweise für 1200 Euro weggegangen ist in einer US 12. Das heißt, kleine Mathematik, wenn ich den für 350 Euro gekauft hätte, alle 4 Paare, wäre ich bei 1200 Euro, hätte ich die denn allerdings für 1200 weiterverkauft? Ey, Leute, dann hätte ich 3400 Euro an 4 Paar Sneakern steuerfreies Geld gemacht. Guten Morgen. Ja, und genauso ist es auch mit dem Nike Air Force One in der Koalibration mit Virgil Abloh. Und zwar der Volt, Leute. Ein kranker, kranker, kranker Sneaker und ein kranker Colorway. Evo Supply macht's möglich. Er war irgendwo auf einer Sneaker-Messe, ich glaube in Amsterdam oder irgendwo, ich weiß nicht mehr ganz genau, und ist dann auf jeden Fall zurück aus Holland gekommen und durch Reise bei mir inzwischen Stopp gemacht und hat gesagt, yo, ich hab hier noch ein paar Sneaker. Unter anderem habe ich denn den Air Force One eingetütet und genau das gleiche Spiel. Er wollte, glaube ich, 420 haben. Ich hab gesagt, pass auf, ich möchte nicht mehr so viel Geld für Sneaker ausgeben und dann hat er gesagt, ja, alles klar, dann was möchtest du geben? Letzter Preis. Letzter Preis war dann 380 Euro und dann habe ich den halt für 380 Euro bekommen. Und wenn ihr euch mal so die Preise von dem anguckt, dann seht ihr, dass der definitiv auch über ein K geht. Also hat man denn da nicht allzu viel schlimmes Geld investiert. Dann nehme ich auf jeden Fall noch den Travis mit rein. Leute, der Air Jordan Travis, geisteskranker Hype gewesen, geisteskrank Hype des Todes gewesen, um genau zu sein. Und zwar muss ich da ganz ehrlich meinen Buddy-Kollegen Bart grüßen. Also an der Stelle, falls du das Video siehst, Shoutout an Bart. Der hat mir nämlich dieses Paar Early Pair geklärt. Und ich hatte den tatsächlich 2 Tage vorher, hab mir den aus Berlin abgeholt und das für einen stolzen Resale-Preis. Achtung, jetzt kommt's. 750 Euro. Ey, jeder von euch da draußen weiß, jeder von euch da draußen hätte ihn für 750 Euro damals eingetütet in einer US-12. Ihr könnt spaßigzeitbar mal nachgucken. Der Sneaker liegt nach wie vor in einer US-12 bei über 1,3, 1,4, 1,5. Das müsst ihr für diesen Schuh hinblättern. Ich trage diesen Sneaker. Mir ist egal. Ich feiere den des Todes. Das ist einfach ein absolut krasser, krasser, krasser Sneaker. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, ob das, glaub ich, so mit unser Holy Grail ist. Also der war ja wohl in den letzten Jahren in aller Munde. Und ich kann echt nur sagen, 750 Euro für den, den hab ich mit Herz bezahlt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Den, diese 750 Euro, die hab ich mit Herz bezahlt. Machen wir weiter mit den Yeezys. Die dürfen an der Stelle nicht fehlen. Der allererste V2, der rausgekommen ist, war der Adidas Yeezy Boost 350 V2 Beluga. Ey, 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 Leute. Ich glaube, ich habe dafür 800 Euro bezahlt. Ich wollte den unbedingt haben. Ey, ich hatte mir gerade so eine Sammlung an V1ern aufgebaut und hab mir die alle so eingetütet. Und dann wurde dieser V2 gedroppt. Und ich war nur so, ey, ich brauch den auf jeden Fall. Hab denn da einen Plug in Berlin kontaktiert. Und der hat mir den dann, ja, für teures Geld verkauft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab eine geile Zeit mit denen gehabt, weil ich den kurz vor meinem Amerika-Urlaub eingetütet habe, den in Amerika komplett gerockt habe. Und somit halt auch so in Amerika richtig happy war und den einfach wirklich jeden Tag getragen habe. Und ich trage den auch noch bis heute. Und der verbindet mich so ein bisschen so mit meinem Leben. Und deswegen ist das immer schön, wenn ich darauf zurückblicken kann und sagen, ey, mit diesem Sneaker hab ich eine richtig geile Zeit gehabt. Anders sieht's jetzt langsam mit dem Vierer Jordan aus. Und zwar den Kors. Ey, ein kranker, kranker, kranker Sneaker. Aber da tat's schon langsam weh. Und zwar habe ich für diesen Sneaker 1000 Euro Resale bezahlt. 1000 Euro. Wenn ihr jetzt natürlich nachguckt und sagt, ey, da bist du doch noch richtig gut bei weggekommen in einer US-12, dann stimmt das. Aber Leute, 1000 Euro langsam für einen Schuh, das ist doch geistesgegenwärtig, wenn ich ein absoluter Kors-Liebhaber wäre oder sowas. Ich meine, der macht ja auch noch etliche andere Sachen, wo man sagen kann, ey, du hast so viele Kors-Figuren, ich mag seine Kunst, ich stehe voll drauf. Dann kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Aber es war einfach so, ja, es kommt ein Jordan Vierer, ja, cool, was denn? Ja, Kors, ja, Geschichte dazu. Ja, ist so ein Designer, der macht da so eine Collab mit Jordan und sowas. Ja, geil, tüte ich einen. So, habe ich 1000 Euro bezahlt? Ja, der liegt jetzt, glaube ich, über 2000 in einer US-12. Aber ich trage den ja auch. Das solltet ihr nämlich auch tun. Denn bei diesen Jordan-Modellen ist es halt so, nach 5 bis 10 Jahren werden die euch zerbröseln. Und dann habt ihr von diesem Sneaker nichts mehr. Deswegen an der Stelle, tragt eure Sneaker. Ganz, ganz, ganz wichtig. Leute, tragt eure Sneaker. Hört auf, die einfach stehen zu lassen und nicht zu tragen, weil davon habt ihr früher oder später nichts. Denn die werden euch irgendwann mal zerbröseln, beziehungsweise die werden kaputt gehen. Wenn ihr mal auf meinem Kanal stöbert, dann habe ich schon mal sowas gezeigt an einen Air Max 97, den ich hier seit 97 habe. Und der bröselt sich einfach in Luft auf. Dann kommen wir nochmal zu einem sehr interessanten Sneaker. Und zwar den Air Jordan 1 Chicago Off-White. Der allererste Virgil Abloh Off-White Sneaker, der geisteskrank ist, Leute. Der absolut geisteskrank ist. Und auch da hat Evo Supply mir geregelt. Und zwar hat den mir denn damals in Köln auf einer Messe verkauft, glaube ich. Und zwar war das so, dass er den halt auch schon hatte, Early Pair, glaube ich. Und dann meinte er, genau an dem Tag war auch die Messe und der wurde dann released und er hat den halt schon gehabt. Er sagt, yo Bro, einzige Promisse ist, ich muss den leider da noch auf der Messe so ein bisschen da haben und Ausstellungsstück, dies, das. Aber danach kannst du ihn, wenn du abhaust, direkt mitnehmen. Und das habe ich auch gemacht und habe dafür, glaube ich, denn 1200 Euro bezahlt. Ich wusste nicht, was mit diesem Sneaker passiert und der ist auf jeden Fall geisteskrank gestiegen. Der liegt jetzt über 4000 Euro in einer US 12. Ich frage mich, wer bezahlt 4000 Euro jetzt für einen Sneaker? Einfach so, tack, legt das Geld auf den Tisch. 4000, also das müssen ja nur die Super-Richies sein an der Stelle. Schreibt mir bitte in die Kommentare, ob ihr da draußen so viel Geld für einen Sneaker ausgeben würdet. Never Ever This Life, Mann, auf gar keinsten mehr. Und weil es so schön war und ich das Ganze jetzt mittlerweile so richtig mit Humor nehme, also echt drüber lachen kann, ist es der Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra. Zebra, Leute, der hat mich gekillt. Der Zebra hat mich einfach komplett verschlungen und hat mich dann einfach drei Monate später komplett einfach wieder ausgespuckt. Aus dem einfachen Grunde, weil dieser Yeezy Zebra so enorm Leute angekündigt worden ist. Kein Spaß. Wer weiß, wovon ich rede, der schreibt es jetzt in die Kommentare. Das wird der limitierteste Yeezy. Der sollte gar nicht gelistet werden. Der wird so viel im Resale bringen. An der Stelle muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, das ist, das ist eine kleine Lehrstunde vom Buschkicks, der teuerste Yeezy Boost 350 V2, der den höchsten Resale-Preis erlangt hat. Also es gab noch nie einen Yeezy, der teurer war, beziehungsweise einen V2, der teurer war als der Zebra. Der hat nämlich Höchstverkäufe von 1500 Euro gehabt. Ey, ein V2, wir reden hier von V2, gar nicht mehr vorzustellen heutzutage, dass ein V2 1500 Euro Resale war. Und mit 1400 Euro Resale-Preis bin ich eins dieser Opfer gewesen. Herzlichen Glückwunsch, Buschkicks. Und dann als absoluter Sneakerhead. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr fair, was jetzt für einen Sneaker kommt. Und zwar kommt der Air Yeezy 2 Red October. Ich glaube, ich brauche euch zu diesem Sneaker nichts zu sagen. Ich bin sowas von happy, dass der in meiner Sammlung ist. Und ich trage den auch gelegentlich. Natürlich trage ich den nicht im Alltag, aber ich trage ihn hin und wieder auf Messen oder wenn ein geiles Event ist oder wenn man einfach so ein bisschen flexen möchte. So an manchen Punkten, wenn man sich schon mit Jungs trifft, die auch coole Sneaker haben oder sowas und dann gutes Wetter ist, dann kann ich mir immer gut vorstellen, diesen Sneaker rauszuholen und anzuziehen. Und das mache ich dann auch. Ist zwar natürlich, wenn du auf eine Sneaker-Messe gehst, immer sehr nervig, weil dich ältere Fotografieren wollen und echt diesen Schuh dann immer so sehen. Ich denke mal, dass der Air Yeezy so der Sneaker aller Sneaker ist. Das ist die Mutter aller Sneaker. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das genauso seht wie ich. Kommen wir zum Preis. Und zwar habe ich damals für diesen Sneaker echt einen guten Preis bezahlt. Und zwar habe ich... Bitte kein Hate jetzt. Bitte, bitte, bitte kein Hate. Das war wirklich auch, ich muss dazu sagen, ein Sneaker, den man unbedingt haben wollte. Und ich habe mir den... Das Geld war da, es hat gepasst. Und ich habe den gekauft und habe den für 3.000 Euro eingetütet. Ja, das war der stolze Preis, den ich damals bezahlt habe. Und man muss ganz ehrlich sagen, für diesen Sneaker, dieses Geld ausgegeben zu haben, war eine gute Investition, weil ich ganz genau weiß, man könnte den jetzt so, sage ich mal, getragen, für dasselbe so immer noch verkaufen. Und deswegen ist es so, dass ich sage, ey, so, ich habe diese geile Zeit mitgenommen. Das Geld war da, es ist Geld nachgekommen. Und deswegen habe ich den einfach, denn damals für 3.000 Euro eingetütet. Wie gesagt, Spitzenpreise, Deadstock liegt ja jetzt so bei über 10, 15k. Machen wir uns nichts vor. Würde ich niemals mehr ausgeben, aber es gibt immer irgendwelche Richies, die dafür so viel Geld bezahlen. Würde ich niemals mehr machen. Und deswegen denkt auch ja gar nicht, dass das jetzt hier irgendwie so ein Flex ist. Nämlich hat mich jemand auf das Video aufmerksam gemacht, der mir geschrieben hatte auf Instagram, der hat geschrieben, yo, Bashkicks, kannst du mal ein Video darüber machen, was dein günstigster Sneaker ist und was dein teuerster Sneaker ist. Und daher habe ich meine Inspo genommen und habe das jetzt so eine 2.0 Version draus gemacht. Also nochmal Grüße gehen raus an meinen Abonnent, der mir diesen Tipp gegeben hat. Tja Leute, schreibt mir an der Stelle auf jeden Fall in die Kommentare, was euer teuerster Sneaker war, beziehungsweise was ihr so für Sneaker an Reset ausgegeben habt und ob das einer von euch jemals nochmal machen würde. Alles in die Kommentare. Ansonsten vergesst definitiv nicht, meinen Kanal hier zu abonnieren. Da würde ich mich mega drüber freuen. Und wenn ihr Bock habt auf ein weiteres Video, dann klickt ihr einfach da oben hin. Da gelangt ihr dann zu einem weiteren Video. Stay tuned, bleibt on fleek, passt auf euch auf, haut da rein, euer Bashkicks. Peace.